und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der replica 1.22 ich glaube dabei bleibe ich die restlichen nummern lassen wir mal weg wir haben ein paar nebenquests und ich glaube wir gehen noch mal komm wir probieren uns als erstes noch mal die dämmliche pfeil hier wieder jetzt ist es wieder da wenn ich jetzt ins menü gehe ist er dann wieder hier keine ahnung der pfeil geht irgendwie nicht weg also noch mal ich glaube wir haben setz oder ich steppe gerade darauf gekommen dass ich schießen kann so lange ich so nicht kämpfen sollte scheine ein paar probleme mit dem spiel zu haben also im also im sinne von bugs oder so dass mit dem controller ruckelt es ziemlich artig hat mir ja auch vorhin gesehen wie man ausgesteckt haben oder oder die schäden natürlich ich wäre stupend nicht zu aber ich habe zu sagen jona noch mal was ich sehe dann versuche ich dich nicht zu stoppen du bist ein ziemlich guter hörter für so ein altzimmer weiss ach ich sollte mich verurteilen ja ja gut kann uns egal sein was wollte ich jetzt sagen ja eben oder das wenn die man kann ja die fps nicht einstellen wenn man ich weiß nicht so gut ein rechner hat oder so läuft scheinbar schneller als es soll hallo laufen wir ein bisschen faster weil die hinter mir wollen nicht aufgeben ähm fledermäuse das ist nicht geil warum sind die da Federmauszaun ich meine ich nehme auf jeden Fall mal mit falls man das später braucht nein 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 danke du bist nur da um mir was zu geben was zur helde sind jetzt für riesige Viecher ich dachte hier gibt es nur Schatten als Gegner Ton der erste ist stärker ne ok vielleicht müssen sie auftauchen oder schön vorsichtig sein wir wollen den dämlichen Gegenstand nicht wieder zerbrechen den der Typ scheinbar 50 mal gekauft hat weil er uns sowieso nicht vertraut äh drehe die Kamera danke dieses village ist es geschafft diese verdammte Blöcke warte mal habe ich die alle besiegen und es kommen keine in mir wow das wäre vielleicht gut zu wissen gewesen huh läuft Hallo, Herr. Ich? Oh, ich glaube, das gilt für ihn, dass er es akzeptiert wird. Ich werde den Klienten sagen, dass wir fertig sind. Und weil die alle rumtun, dass das Dorf ist am Ende oder sowas. Alle Jungs, ihr habt da eine verdammte Klippe gebaut. Hier sind ja nicht mal Geländer, ey. Das ist mit den Sicherheitsbestimmungen. Ihr macht scheinbar auch, was ihr wollt. Kannst du einfach loslassen? Ja. Oh, cool. So, jetzt bräuchten wir Hammelfleisch, 10 Stück. Ich weiß, die Nebenmissionen sind ein bisschen so... ...herausfordernd. Nennen wir es mal sarkastisch. Also, Schafe töten und dann... Ja. Ich glaube, in dem Dorf wird es noch irgendwas geben. Sonst wäre es ja Schwachsinn, dass es das Dorf gibt. Bloß hingehen. ...sich Blut anmachen lassen. Hier dann mit keine. Die übrigens schon wieder unterwegs ist scheinbar. Hä? Die um ihr Lager eine unsichtbare Barriere hat. Okay, ich muss jetzt zugeben, ich bin echt kurios drüber, warum die verdammt nochmal nur Unterwäsche anhat. Ich meine, sogar unserem Hauptcharakter ist das aufgefallen. Und ich meine, wenn dem Hauptcharakter auffällt, dass jemand nur Unterwäsche anhat, dann ist das schon echt irgendwas Story-Relevantes. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses dämliche Mist, wie ich da kennen kann. Oh ja, stimmt. Wir dürfen sie gar nicht alle auf einmal killen, weil... ...nein, ne, ne, geh da weg. Ja, deswegen, weil einer ist schon weg. Wir tun dir nichts, dann tust du uns auch nichts. Oder irgendwie so. Bleib weg. wo ist das schaffe nein hier war nicht gemein alles klar die sau greift mich doch an ja gibt mir die arznei selber war mal da ist noch die arznei die andere naja jetzt löst es sich auf danke hallo jetzt ich würde gerne den vogel abschießen kann die vögel eigentlich abschießen und ich habe das blöde schweiz vergessen ich sage nicht dass es schlau ist ich glaube das ding hat ein problem mit mir wie ich drauf komme deswegen ich habe vergessen dass ich mich habe vergessen dass ich gar nicht so weit komme aber hey wir sind da wo ich hin wollte und wir sind weg von dem dreh mich müsste ich habe mich gefragt aber kannst du nicht schwimmen nicht erzählen ok warum warum man könnte es dir wahrscheinlich auch locker bei bringen haben wir fleisch haben als eigentlich rohmaterialien haben wir fleisch 6 und Neun. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Und zack. Sieben. Ich meine, wenn wir das nicht für die Kohle machen würden, dann gar nicht. Immer noch sieben. Jetzt fangen die wieder damit an, bloß noch Ding zu geben, oder? Ach. Jetzt sind aber schon keine mehr da, ne? Verdammt. Das Ding ist immer noch der Unversuch, die zu verfolgen, ey, du. Unnachtgiebiges Schweicheln. Tutorial, eine Stärke, Dunkle-Explosion. Das ist eine noch stärkere Dunkle-Explosion. Okay. Vor allem altes Schulbuch, das hört sich halt echt an, wie wenn ich, weil ich die Sachen von dem kriege, dass das Kinder sind. Das sind die Ziegen. Hm. Arzneikraut. Erinnerst du mir dann wenigstens da nach und nach wieder voll? Wir kommen aber auch nicht hin, da, ne? Weil wir nicht schwimmen können. Super kleiner, 1400 Jahre scheinbar am Leben, oder irgendwas ist mit dir auf jeden Fall 1400 Jahre. So. Da sind wir hier fertig. Da unten ist gar nichts. Hat sich ja echt rentiert. Was ist da? Ast. Da lache ich mir doch nicht, Ast. Entschuldigung, der war so schlecht, ich musste den bringen. Das ging nicht anders. Mit dem Boot würde ich wahrscheinlich zu dem anderen Ding kommen, oder? Wir probieren mal kurz das Boot aus. Das hätte ich vorhin schon machen können, aber hey. Natürlich fällt einem sowas immer ascht ein, wenn man schon einen halben Kilometer weg ist. Okay, oder scheinbar nicht. Also gut, wir müssen mal kurz beschauen. Äh, Aufgaben. Nicht abgeschlossene Aufgaben. Bodengänger des Torwächters. Müssen wir ihm noch Bescheid sagen. Altmodisches Haus gemachtes. Äh, Hammelfleisch. Zwei fehlen noch. Einkaufsliste. Tulpenzwiebeln. Ich benötige drei. Äh, Blumenhändler im Geschäftsfeld hatte ich gebeten, nach Meeresfront zu reisen und drei Tulpenzwiebeln zu kaufen. Okay, Meeresfront. Die Wernbesitzerin. Arzneikraut, Bären, Königsfahn fehlt mir noch. Wildschweinjagd. Äh, der Sitz sagt, dass ich noch ein Wildschwein verletzt worden sei. Es wird Zeit, dem Tier ein Ende zu bereiten. Aber wie? Zerbrechliche Lieferung. Hä? Was war dann das da? Achso, der Frau des Schmieds. Stimmt, da war ja auch noch was. Das nervt mich immer noch, dass das Hammelfleisch fehlt. Wenn die nicht so gierig werden, die müssen gehen, dann könnte ich sie mal schnell kaufen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal schnell rein, dann wieder raus, killen zwei, drei Schafe und dann hätten wir es auch. Ja, die Mission gehen wir dann gleich ab. Ach Gott, jetzt kommt mir erst was. Ich habe mich doch aufgeregt, dass die das zu schnell wegblenden. Das liegt daran, dass ich die auf einer SSD installiert habe. Das lädt halt einfach zu schnell. Hammelfleisch, 8 und kommt schon 9, 9, 9, 9, 9. Oh, Gott sei Dank. Nicht schlimmer als Fetch-Quest, Alter, wo du irgendeinen Mist sammeln musst. Ist das Ausweichen eigentlich auch ein Konder? Verboilter-Metallschläger. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt, warum die 1400 Jahre jetzt in der Zukunft sind. Ah, jetzt habe ich es doch vergessen. Ja, genau das. Wir sind alle bereit mit deiner Behandlung. Ich habe es gemerkt, ich hoffe, dass alles so leicht geht. Es kann etwas weirr sein, wenn es bei anderen ist, aber er ist ein guter Mann, im Herzen. In any way, ich habe etwas für dich. 1400 Goldstücke, jetzt habe ich die Führung erledigt. Wow, wir kriegen halt 1400 Goldstücke dafür, dass wir es zweimal zerbrochen haben. Kann man machen. Schnurrle-Hammelfleisch-Kohle abholen? Hey! Some of the Gateguards make a habit of... They claim to be working, but I think they all slip off to the tavern and get hammered. It's not right, I tell you. Naja, aber ich will eher mit ihr reden. Here's your Mutton-Map. Oh, thank you. I swear, these children of mine just love their Mutton. If you ever find any more, I'll be happy to buy it. Fifzehn. Ah, ich mach das, okay. Der macht nur das da. Was war es noch? Irgendeine Frau vom Schmied. Ist die da drüben? Ist die ja seiner? Ja, da. Hi there. The guard at the northern gate says, he ordered some weapons from you. Any idea where they are? Oh, you know, I did have an order for that, huh? I completely forgot. Oh, Gott. Thanks for the reminder, dear. Here's a little something for the trouble. Ausstrasse können wir ja, glaube ich, komplett abhaken. Die hat ja geschlafen. Wir haben ein paar... Stimmt, die hat er nur... Ja, genau solche Sachen. Komm zurück. Ähm... Ich muss gar nicht gedrückt halten. Ich halte mal das Rennen... Also, das Wegrollen gedrückt. Weil ich immer denke, das muss ich machen zum Rennen. So, mal schauen, was die macht. Die hat ja geschlafen. Weil sie leicht erschöpft war, weil sie gefangen war. Hä? 500 Goldstücke? Wo kommt mir das her? Yonah? Yonah? Yonah, was ist das? Es tut mir leid. Oh, Yonah. Ich gehe mal ein paar Medizin, okay? Hör auf. Warte. Was ist das? Just... Die hat bloß gegen ein riesiges Monster gekämpft. Die schwarze Skrull scheint, dass sie auf eine faszinierende Rennung Sie braucht etwas, um ihre Schmerzen zu stoppen. Mal schauen, ob Popola eine Ideen hat. Es ist ein bisschen mühselig, das Hin und Her. Muss ich schon zugeben, aber es könnte halt ein bisschen dazu. Irgendwie macht es mir dann bei solchen Spielen schon fast ein bisschen wenig aus. Anfangs. Wenn es zu lange geht, das ist offentlich. Hey, Popola. Hast du keine Schmerzweizung? Schmerzweizung? Es ist für Yonah. Sie Schmerz ist... Es ist wirklich schlecht. Das poor girl. Well, ich glaube, wir können einen Schamannfisch versuchen. Was ist das? Es ist ein Fisch, eine Schmerzweizung gefunden. Seine Schmerzweizung hat eine Chemikale, das gesagt hat, dass es sogar die größte Schmerzweizung ist. Das klingt perfekt. Wie komme ich da? Du kannst die Schmerzweizung nach den Souternplänen finden. Schmerzweizung haben dort vorhin schon erwähnt. Also, bitte. Ah, gut. Ich bin nur der Mann, den ich brauchte. Das klingt so, ob ich nicht kracht habe. Kannst du zwei Medizinelle Herbe von den Norden für mich? Ich habe mich lastig und eine Versuchung. Sie werden meistens in den Päten von Grämmen oder von der Böden. Ich glaube, dass sie zu sehr schwierig werden. Zwei Medizine Herbe. Du hast es. Danke für diese Herbe für mich. Ich muss mich sehr alt wenn ich sie brauchen. Was? Aber wie ich es vermutet hatte, wie ich es vermute. Da müssen wir dann eh das Zeug kaufen. Königsfahnen müssen wir uns besorgen. Königsfahnen, diese Tulpenzwiebeln müssen wir drei Stück kaufen. Naja, und diesen Fisch. Wahrscheinlich angeln. Und ihr habt jetzt auch irgendeine Aufgabe, oder? Drei, zwei, eins, nein doch nicht, okay. Finde ich gut. Gehen Sie mir schnell auf den Senkel. Okay, hier sind eher große. Wo sind die hinten? Verdammte Schäden, geh weg! Der Villager ist unter Attack. Die, die, die schälen Böse! Drei, sie schälen Böse! Deckung durchbrechen, freigeschaut. Bitteschön. So, den Kleiner. Zack. Oh, der hat auch ne Waffe gehabt, das Wort Lugier. Gebraucht das Malbu. Ach, du hast dich nicht mehr gewehrt. Die Dinge sind wirklich schlecht hier, seitdem. Hier, mach das. Mach gut mit dem, okay? Ich mein, wir kennen sie gleich. Wir können sie wahrscheinlich brauchen. Hirschgeweih. Alter, wie sie mich versucht anzugreifen. Da war es nicht mal... Tiere, Befehle erteilen, freigeschaltet. Wieso Tieren? Die sind einfach nur Fleischlieferern. Also, im Spiel. Okay. Ja, ich sammle viel eine, das müssen wir machen, weil... Sonst müssen wir den ganzen bis später zoomen und dann... Und so sparen wir uns auf jeden Fall ein paar guten Gänge. Vermutlich. Alter, das ist ein Strand. Und den ich nicht kann... Okay, weil ich auch nicht mehr hochkommen will. Ich hab keine Karte, ne? Ja, wir müssen nochmal zurück. Ich kaufe mir schon die Karte. Aber ich glaube, ich kaufe beide Karten gleich. Hatte der Schwert Heini, oder... Oder hatte die... Ich glaube, vorne der Typ hat sie, glaube ich, gehabt. Ich schau... Wir schauen erstmal beim Schwert Heini vorbei. Oder Schmiede Heini. Oh, was ist da? Hat's neu geraubt. Hey, bleib mal locker. Willkommen. Ne, beste Verderber nur. Danke für dich. Ja, ja, ja. Ich hab mir nicht mal was gekauft, aber sag das ruhig. Die hatte das auch nett. Wahrscheinlich eher der da. Bärenholzscher, okay. Danke. Da, Karte vom Adlerhorst interessiert, ne? Ach komm. Er ist halt so. Er damit. Komm zurück. Ja, ja. Oh, ich muss mal merken, dass ich mir morgens die Musik ziehe. Oh, sie ist sehr erhellend und entspannt. Wow. Danke. Meine. Können wir mal einer verraten, wie jetzt das passiert ist? Zieht der so viel ab, dass ich einfach mit einem Schlag sterbe, oder? Oder wenn ich beim Sammeln getroffen bin, bin ich tot. Ich ziehe dem auch fast nix ab, ne? So, ich gerade. Ich habe mich noch nicht mehr, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Ich zieh nur halt echt fast nix ab. Alles glauben wir ignorieren noch mal fürs erste. Achso. Ja wobei wir ziehen doch eigentlich schon was. Aber wir bräuchten dann Magie dazu. So zieht man eigentlich fast nix ab oder? Einfach draufhalten. Sollten wir wahrscheinlich warten. Wow das war jetzt schneller wie sonst oder? Wow. Soll ich die. Oh Mir ist langweilig, sonst muss ich warten, bis du Alter, er knillt mich halt echt mit einem Schlag Okay, wir ignorieren ihn, weil das würde mir viel zu lang dauern Aber ist interessant, dass hier einfach so ein starker Gegner auftaucht, wir brauchen auf jeden Fall eine mächtige Waffe Wir bräuchten mindestens eine, die 200 oder so hätte ich fast gesagt Ah ja, oder eine höhere Stufe Oder wahrscheinlich eher beides Aber jetzt kann ich ihn Hatte ich nicht was? Gegenstände Ah, es ist keine Karte von den Südfeldern dabei Wow, super, der Weg zurück hat sich echt gelohnt Was ist das? Spider-Man? Okay, übliche Variante Bitteschön Da kann ich den Kill-Move machen Supertore Geld verdienen freigestellt Warte mal, da sind noch eine kleine Warte mal, da sind noch eine kleine Warum passiert das bei Spinnen grundsätzlich eigentlich immer? Kann ich da aufmachen? Oh ja, kann ich Oh oh Ähm, ja, geh ganz langsam rein Lass die Zeit Irgendwas ist komisch, warte, wenn wir jetzt hier schwarz-weiß Oh, warte, äh, war der Kill-Move So So Ey Nein Ich wollte das Zeug von denen haben Seid ihr Regenbogen-Spinnen? Also so Regenbogen schauen die nicht wirklich aus Was zur Hölle sind wir? Hallo, ich würde gerne mit ihnen über Gott reden Okay Es geht hier aber auch nirgends rein, ne? Hm Okay, das heißt ich brauche eine Aufgabe Farbe Ja, aber da ist eigentlich Okay, ich kann gedrückt halten Auch hier Ah Ah Wie soll die Farbe wechseln? Na gut, das heißt Farbe wechseln einfach von Farbe zu keine Farbe Ja, aber da ist ja